Musik Also ich weiß, dass jeder Mensch diesen Song kennt. Aber die Geschichte zu dem Song kennt vielleicht ein ganz, ganz kleiner Teil. Musik Ich glaube, man kann sich darauf freuen, dass man einerseits neue Kompositionen, auf der anderen Seite hört man aber auch ganz bekannte und ganz spirituelle Gospels, die man wirklich auch in einer neuen Interpretation dann hört. Musik Also die Tatsache mit so einem großen Chor zu singen, war für mich ein Hauptgrund überhaupt hier mitzumachen und die Vorstellung, was das für ein bombastisches Klangerlebnis sein muss, die möchte ich mir nicht entgehen lassen. Musik Ich glaube auch, dass die Zuschauer einfach so involviert werden, aufgrund von den Liedern, die man kennt. Man ist irgendwie emotional auf einmal total mit dabei. Musik 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 Musik